heute möchte ich ein bild malen das aussieht wie rost das material leinwand flachpinsel die acrylfarben brauntöne türkis weiß schwarz und gold zuerst kommt ein bisschen kaffeesatz aus der filtertüte auf die leinwand dann braunes acryl dazu ich hatte hier noch von der wandfarbe übrig das geht auch alles vermischen und mit der spachtel auf der leinwand verteilen mit dem flachpinsel gebe ich noch viel wasser dazu jetzt kommen noch ein paar farben dazu zuerst schwarz damit kriege ich dunkle stellen rein dann etwas gold und schließlich noch ein dunkles rot mit grau hebe ich die höhen etwas hervor die der kaffeesatz hinterlässt dazu muss man den pinsel sehr flach halten sonst geht die farbe bis unten durch rost hat viele farben nun mache ich noch etwas patina in türkis dazu die getrocknete kaffeesatzmischung hat schon wunderschöne risse bekommen ich stelle die leinwand senkrecht und sprühe mit wasser eine spur nass und lasse sehr flüssige weiße farbe herunter tropfen die verläuft interessant in den rillen es ist ein schönes dekoratives bild entstanden viele weitere beispiele meiner malerei findest du in meinem buch in deutscher sprache vielen dank vielen dank für dein interesse ich würde mich riesig freuen über deinen daumen hoch